Wo ich gerne beginnen würde, um vielleicht auch zu versuchen, diesen Gesamtprozess, den du jetzt so schön aufgemalt hast, den vielleicht durchzugehen, würde ich eigentlich gerne beginnen bei der allerersten Reaktion quasi auf eine Krise oder auf ein Inzident oder sowas. Und das würde ich konkret runterbrechen auf die individuellen Menschen, unabhängig von der Ebene und Position und auch unabhängig von dem Contingency Plan oder den zukünftigen Plänen. Was du nämlich angesprochen hast, sowas mit Herumgeschreie oder eben mal drastische Maßnahmen ziehen, also sofort drastische Maßnahmen ziehen, das sind ja alles sehr emotionale Entscheidungen, die natürlich absolut nachvollziehbar sind. Aber, und da kommt für mich dieser erste Schritt, glaube ich, mit dem man beginnen muss, ist, und das gilt eben für alle, man muss sich erstmal die Zeit nehmen, runterzukommen von dieser emotionalen Lage. Und das kann natürlich für alle Menschen einen unterschiedlichen Zeitraum beanspruchen, aber ich glaube, da ist für, und da kommen wir wieder dann später natürlich auf dieses Extreme Ownership dann wieder hin, es ist für alle individuell wichtig, dass sie das durchgehen. Gleichzeitig muss man Respekt haben für die anderen Personen, falls sie länger brauchen. Und es klingt sehr abstrakt und absolut unmöglich, in einer Krisensituation zu sagen, ja, aber wir können nicht warten, sondern wir müssen jetzt was machen. Aber wenn man diesen Gesamtprozess, den du aufgemalt hast, dann weitergehen, dann werden wir sehr schnell merken, dass wir nur dann diesen Prozess sinnvoll weitergehen können, wenn wir von dieser emotionalen Ebene alle einzeln individuell zuerst mal runtergekommen sind. Und das wird, das Bias-Leistungsverhältnis, wenn man so etwas grob sagen will, wird hinten raus trotzdem besser sein, auch wenn ich dann diesen einen Tag bestimmten Menschen mehr Zeit gegeben habe, sich unter Anführungsstrichen zu beruhigen, mal die emotionale Reaktion vielleicht so reflektieren, wieso ist das passiert, wieso geht es mir so, also diese klassischen, auch irgendwie stoischen Fragestellungen, dass man nachvollzieht, wieso man diese emotionale Reaktion hatte und wie man reagieren kann in Zukunft vielleicht auf bestimmte Dinge, die kommen, das passt ja alles in den Prozess. Aber damit würde ich definitiv beginnen, dass man muss erstmal zurückkommen auf die sinnvolle, unter Anführungsstrichen, rationale Ebene, damit man an der Lösung arbeiten kann. Also emotional wird man an keiner Lösung sinnvoll arbeiten können.